Eine vollständig renovierte 3-Zimmer-Hochpater-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Friedberg. 1956 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Hochpater-Wohnung auf 664 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.